Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist super Spaß, und wenn man zwei oder drei Runden versucht, es fühlt sich mehr und mehr natural. Ich denke, dass ich 10 oder 20 mehr nehme, und dann hoffe ich, dass ich mich wieder zu Hause fühle. Es ist fantastisch, dass ich hier in der Mitte der Copenhagen bin und zu können, dass ich hier ski bin. Wir haben eine super positive Reaktion von Skiing in der Mitte. In der Mitte der Copenhagen ist es, wie ein Pancake, aber wir haben 600.000 Skiers in der Mitte, also zu können, dass du in deinem eigenen Nachbarn ist unglaublich. Ich habe, glaube ich, drei Wochen auf dem Skiing, und das war acht Jahre alt, und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, und ich sehe, dass Leute herumschneiden und machen Schenken. Jeder kann hier bleiben, ich bin einfach froh, dass der große Park開z zu werden. Wir verlieren den letzten 1.3 der Helle. Wenn das fertig ist, können wir das testen und dann sind wir bereit für den Publikum. Wir können den Ski Slope öffnen. Wir haben auch ein Restaurant. Wir haben die Welt's höchste climbing wall. Wir haben eine Runde auf dem Helle und eine Hiking-Path. Wir haben ein After-Ski-Ski-Skool. Wir sind wie ein Mountain Resort narrowed in einem kleinen Ort. Das ist das, was wir wollen Menschen geben. Der Gefühl, dass wir nur vier Stunden auf vacation sind. descrição für die Flüssigkeit des Huftkowskollegs und dann auf der Song. Haben wir erst auf die Flüssigkeit und dann auf der Zugang. Das Helle ist hier, wir machen das auf der Ski Slope. Wir müssen dann die Flüssigkeit, die Flüssigkeit serverlarten und auf der Zuneig. Wir müssen Sie hier vorstellen. Wir müssen uns auf einmal nach dem Weg kommen. Dann ist eine neue Flüssigkeit und die Flüssigkeit zurücklesen. Ihr könnt mich an den Flüssigkeit, wie das Herне und das erläutern. Aber ich glaube, es war hier so. Wir können die Flüssigkeit zurückkommen.